Die Gemeinde akzeptiert nur die Äußerung männlicher Gefühle. Sie lässt aber nicht den Ausdruck der Gefühle der Frau zu. Die Gemeinde akzeptiert nur die Gebäude und die Gäste. Sie ist ein Wunsch, Sie lachen und die Gäste. Sie vertreten wir die Gäste. Sie haben die Gäste. Sie gehen uns, Sie lachen. Man sagt, dass in Athen die Frau freier sei, also dass sie dort die Unterdrückung weniger spürt. Klar, die Anonymität dort schenkt ihr Freiheit. Hier ist das nicht möglich.